Willkommen zurück! Ja, dann gehen wir einmal zur Tafel-Rundfeste. Warte mal kurz. Ja? Lass mir überlegen, fünf Jahre. Lass mal vorher bei Raya Lucaria vorbei. Achso, du willst umskalieren oder was? Für den Boss kurz und dann wieder zurückskalieren. Äh, ja. Willst du dann direkt hier auch den Gesuchten von Haus Vulkan machen? Gerade unnötig. Was ist denn das? Kirche, nein. Ich muss mir mal nebenbei aufschreiben, was meine Stats gerade sind und nicht, dass ich es vergesse. Jawohl. Eigentlich ist das ein einfacherer Boss. Ja, eigentlich. Äh... Wie heißt die komische Klinge? Drachentöterklinge? Äh, Schlangenjäger. Unter den Speeren. Unter den Speeren? Ausrüsten. Okay, mal gucken. Meine Stats sind derzeit... Ich hab keine fucking Ahnung. Ich bin dumm, oder? Ich seh den nicht. Hier bist du. Ich hab auch ne Weile gebraucht, bis ich ihn gesehen hab wieder. Schlangen-Gott-Groben-Schwert? Nein. Wie heißt das Ding dann? Hab ich dir grad gesagt, Schlangenjäger? Ja. Nee, ist aber nicht da. Ich bin da. Oha. Flangen-Gott-Groben-Schwert. Ist doch das, oder? Flangen-Gott-Groben-Schwert. Flangenjäger. So, können wir jetzt kurz zur Tafelrunde? Ja, gleich. Ah, Schlangenjäger. Okay. Ey, ja, komm mal. Ja, ja, ich hab's dann auch mal gefunden. Ui, 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 ui. Grüttung, sind Sie hier für's? Grüttung, sind Sie hier für's? Grüttung, sind Sie hier für's? Ach, mir fehlt Geisterlilie 8. Und? Aber ich hab ne Idee, warte mal. Grüttung, sind Sie hier für's? Ach so. Ah, immerhin etwas, so. Grüttung, sind Sie hier für's? Haha, dafür fehlen mir Seelen. Ja, mir auch. Aber ich hab sowieso das Teil nicht. Wer tut sie? Was tue ich? Sie ist denn Shit? Ja. Ich spiel' dich. Okay, congress. Holy. Grüttung, sind Sie hier für's? Ich kann das. Ich kann das. Ja, doch. Ich kann das. Ich kann das. Ich weiß Ihnen. Ich bin natürlich. Fass Leon, ein allocated Erartet. so ist es bereit das bündchen ja müssten wir zum audienz fahrt soweit ich weiß über den npc ich dachte über den npc was erklärt das heißt denn das erklärt ein spielstand audienz fahrt nein dass ich frage jetzt gerade wegen der aussage von dango warum mein spielstand hä ich war auch beim ersten run soweit ohne die ohne die blutklinge da war ich auch schon so weit ich muss mal meine tränke umordnen mach mal auf mehr mana flaschen flaschen aus teilung so sechs seiten räuchten weiß ich nicht sollte das dinge nicht so das ist nur da drin so das ist eine extra waffe dafür ausgedient hat seit einem jahr zirka was denn ausgedient hat so und das ist aktiv so ruhig ich so lebe ui oi 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 первый zweimal hintereinander krassend ouvre Raina die erste So, dann habt ihr das noch nicht mehr. Okay. Arcanvet wurde genervt. Ah, okay. Keine Ahnung. Merk, ich habe Damage. Welcher Damage? Der Damage, der nicht vorhanden ist. Oh ja, stimmt ja. Das ist ja was schönes jetzt. Lauf. Stimmt ja. Kannst du laufen. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Jeder versteckt seine Schwerte woanders. Ob sie das von Orochimaru abgeguckt haben? Das ist ein schönes Schwert übrigens. Kannst du mal deutlich sprechen? Oh, sehr gut. Sehe ich irgendwie nicht so. Oh ja. Das ist der Rest. Die Attacke ist schon abruziert, oder? Die hätte ich gerne für jeden Boss. Das war mir klar. Oh ja. Oh, das ist mein Mannes. So ist der Boss wirklich schön eigentlich noch. Ja. Ich schon. So macht der Boss nichts mehr. Hey. Waffe weg, meine anderen Waffen wieder nehmen, werde ich wieder umspäten. Okay. Ich konnte die Waffe nicht tragen, das ist immer das Problem, wenn man Michael spielt. Welche Waffe ist denn das? Welche Waffe ist denn von ihm? Moment, kurz mal hinsetzen. Das ist Ausrüstung, mal gucken wie es heißt. Für die Verpflanzung war es nicht. Wie ist denn das da noch mal? Hat er gerade überhaupt eine Waffe gegeben? Mir nicht. Siehst du doch nicht. Mir hat nur die Ruhe gegeben. Setz dich mal hin. Ach, hier hinten liegt noch wasch. Ja. Augenwappenrock. Ich hab dich hingesetzt. Da müsste eigentlich ein NPC gespawnen. Plasmatische Klinge? Ich glaub, die hab ich gar nicht. Blasphemische Klinge. Blasphemische ist egal, die hab ich glaub ich trotzdem nicht. Setz dich. Hab ich schon. Ich meine jetzt mit mir. Achso, ja warte. Ja, ich will sowieso gläuchten da morgen. Ansonsten müssen wir gleich mal wegporten und dann wieder herkommen. Passiert noch was. Darum geht es. Meteor-Klinge. Oder doch ein Klinge. Taucht nicht auf, dann müssen wir ja mal komplett weg. Egal. Raya Lucaria kommt noch. Achso, dann kannst du ja wieder ums Becken wieder warten. Ich glaub, keine Ahnung. Sollen wir seine geliebte Frau gleich mal abklappern und sie ein bisschen aufregen? Seine geliebte Frau? Seine. Hm. Das rein. Dann war der auf das. Munition hatte ich noch nichts gemacht. Das war auf den. Da. Frag mich nicht. Ich hab die Quäste nie gemacht. So. Und wieder. Überlege, 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 überlege. Überlege, 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 überlege. Überlege, 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 überlege. Musst du den Gesuchten von, äh, Hausburg kann ich auch machen? Das ist die Zeitquiz, genau. Das, äh, von können wir zwei machen. Und dann müssen wir ins Eisgebiet aber auch. Wann muss die Bohne denn schlafen gehen? Weil mir nicht Bock hab. Du brauchst deine 16 Stunden Schlaf. Brauch ich nicht. Stimmt, es sind 18. Ha. 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 Du bist mehr Panda als alles andere. Du frisst nur was äh, giftig für dich ist und schläfst den ganzen Tag. Ja und? Ich muss ja irgendwie meine Schönheit bewahren. Kannst du mir die mal zeigen? Hast du Hilfe bestellt? Nein. Hm. Die rote Schrift hab ich vorhin schon gesehen. Das ist was anderes. Ich meine, da steht Invasion nicht möglich. Musst du eventuell raus? Morberei. Halt die Fresse dahinten. Versuch mich nicht zu schlagen. Geh mich. So, jetzt kannst du's machen. Nein, kann ich nicht. Ich fließe deine Welt. So könnte ich das mal hin. Mal gucken. Wie ist das? Mal gucken. ? Tja, Tja. Hab ich. Und jetzt? Wie gesagt. Du zweit kannst du auch noch machen. Wo ist der? Erstmal wieder zurück zum Schluss. Wo ist denn der Eingang? Da, wo der NPC ist. Ui, 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 ui. Du, dreckiger Mungo-Sohn. Alter, wie ich sowas hasse. Du, Sohn eines Menschen. Das gibt's doch nicht. Ich hab dir nen Brief angenommen, aber ich seh nix rotes. Irgendwo ist was rotes. Das ist, dass wir überlegen, im, äh, Gebiet da eigentlich, wo du in der Nähe bist. Das ist, äh, auf dem Weg zum Dornenschloss. Ich weiß. Ah, fuck. Falscher Weg. Alter, ihr blöden, hundefickenden, arschgeleckten... Black, sei nett! Nein! Das waren meine Seelen, also Schnauz, oder wie du heißt. Ha! So, mal sehen, warte. Das Teil ist, äh... Der nächste Wegpunkt dafür wäre Aussichtshügel des Erdenbaums, wo du dann durch die Flucht reitest. Ich weiß, was ist, aber ich hab hier nix rotes. Sicher, dass du dann den richtigen Brief aufgesammelt hast? Den auf dem Tisch, oder nicht? So hat der auf dem Tisch, oder nicht? Der Sprechung mit der ollen Simse. Hab ich, als erstes. Jetzt ist sie nämlich weg. Ja, dann kommt in den Boss rum. Wo steht die jetzt? Wo steht die jetzt? Im Boss rum. Einen da drüber, wieder. Oh, oben. Boah, ihr dämlichen Fick! Black! Hält die Gusche, oder so! Mann, das gibt's doch nicht, dass die mir hier immer wieder... Du bist verkackt, weil du das Feuer gekriegt hast. Ich glaub, das wird... Achso, du meinst den Hauptbossraum. Sag, die Ausfl Columbus ist. Oh. 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 Oh, Jeśli... Allow me some time. Dear Rikard... Please... Find purchase within me. I wish to be your serpent. Okay, ich habe jetzt mit der gequatscht und jetzt? Du kannst sie auch töten, ne? Und dann? Dann greift dich der komische Ritter daneben an. Der komische Ritter daneben, daneben steht kein Ritter. Oder nicht? Nein. Nein, die steht der andere, ach warte, mit denen kannst du auch nochmal reden, glaube ich. Auf jeden Fall, du musst mit Sachen reden. Ich habe nicht ihr geredet. Jetzt, Juma, ihr Vetter. Ich hau da nicht drauf, bist du wahnsinnig? Warum? Weil ich die nicht haue. Dann verfindet das Ding. Und dann? Musst du dir nicht ihr irgendwas geben oder so, anstatt sie zu verprügeln? Nein, du musst alles immer verprügeln, darum geht es in diesem Spiel. Glaube ich dir nicht. Da fickt der Scheiße noch eins. Komm her und helf mir, verdammte Kacke. Da siehst du mal, was man mit Verprügeln auf sich hat. Ich bin gerade mülpig. Ich kriege die beiden nicht kaputt. Nee, musst du nicht 50 mal auf diese Kattür auf? Nee. Ach Gott, pisst mich das gerade an. Aber hier hockt auch keiner mehr, der mich reden kann. Willst du mal in meine Welt kommen und mir helfen beim Boss? Nee, lass mal. Wieso? Warum? Sag doch mal sozial, Bitch. Ja, was mache ich jetzt mit ihr? Das ist die Frage. Ich wollte besonders noch mal was nach Hause kaufen. Ach, hier waren wir schon. Nee, warte mal. Dieser Scheiß-Beiden-Gottes-Pisser auf einmal. Ich hasse diese Bosse, du. Das ist einfach nur asozial. Ich habe dich gerade neben mir reiten hören. Wie soll das denn gehen? Es war ganz... Ich weiß nicht, aber irgendwas ist gerade neben mir reiten. Das ist äh... Also, ich habe mich soakinen. Sollte der nicht hier irgendwann auf den Gang sein oder noch? Aber wo, ne? Ja. Geh nochmal zurück zu dem Boss und töten vielleicht. Ich will dich nicht töten. Dann kommt aber ein rotes Faktum für dich. Scheiße. Alter. Beruhig dich doch mal. Da war doch kein... Hä? Ist doch... Wo ist denn da der Eingang? Weg, du kannst wieder in meine Welt rein. Ich bin gerade im Schrank. Mit dem Phantom, was du nicht herausfallen willst. Mach doch. Daneben, daneben ist kein Eingang. Falls man das sehen kann. Aspekte Schmelztiegel. Hauch. Was? Der Gefährte Kleid und der Gefährte. Wo ist der Gefährte? Wenn du mir sagst, wo daneben der Eingang ist, dann ähm... Wie? Wo daneben? Du Schmelz hast da eben drauf, oder? Ja. Jetzt hab ich einen Eingang. Ah. Und was er das jetzt angezeigt hat? Hey! Den hab ich gebraucht. Der wär auch was für dich, Black. Schön, dass du denkst, dass ich den nicht habe. Den hast du. Den hast du. Wir sind ja da nicht lang gelaufen. Und wir sind ja da nicht lang gelaufen. Und dann bin ich da nicht lang gelaufen. Hier gibt es keinen Weg rein, um auch gut zu wissen. Ich muss halt definitiv mal eine Pause machen, Chat. Damit man immer zu essen machen kann. Ach, schon wieder essen. Von wieder weißt du, wie lange das jetzt her ist. Immer nur am Essen. Ja und ich hab heute Hunger. Wo ist denn fucking Problem? Willst du Sport machen? Was willst du? Ob du Sport machen willst. Warte, wo bin ich? Wo bist du? Da hinten bist du irgendwo. Äh, da liegt eine Rache. Ja... Knuddellin? Wollen wir ihn machen? Was wollen wir denn mit den Drachen machen? Hütten. Oh. Warum musst du alles immer umbringen? Ich weiß ja nicht, weil da zwei Drachen sind. Ähm... Was willst du für die zweite Drache machen? Ähm... Was willst du die zweite Drache machen? Oh... 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 Da muss ich aber glaube ich dein Ding sein, oder? Nein, nein. Ich bin weiß, ey. Nicht gelaufen. Achso. Was... Schau mal. privileges für aufzeigen. Verstanden bio. Schuess mal. Ja ca. Und du ja! er hat mich einfach instant verbrannt er hat mir aus mir ein rüstblecki gemacht er fliegt hier erstmal wenn ich zu dem hinrennen fliegt er weg hier wieder im auskurs nach der sülkan vor dem boss davon ist noch ein dracher ja ich komme mir gerade aber nicht weg das weißt du ist noch ein drache der pin noch zwei drachen die teleportiert ich mal zu mache ich gleich mordlich alter wahrscheinlich warte wir wissen was das hier hinten ist ach das ist ne oh ok hier hinten ist noch ein boss ich weiß den haben wir noch gar nicht gemacht was bringt das ein tod etwas bringt das da hoch zu fähig muss ich das verstehen ja mordlich extra wir sehen uns in der nächsten mal kommt tschüss Bis zum nächsten Mal.